Was ist denn jetzt? Halt die Klappe! Bitte? Du sollst die Klappe halten! Du sagst mir nie mehr, was ich zu tun habe. Was ist das? Es ist genau das, was die wollen. Was redest du da? Oh, wenn wir die Sache nicht gemeinsam zu Ende bringen, haben wir keine Chance. Es ist nicht meine Schuld, dass es vorher schiefgegangen ist. Deshalb darf jetzt nichts mehr daneben gehen, klar? Ich weiß nicht, ob ich dir noch vertragen kann. Ich glaube nicht, dass du eine Wahl hast. Ich glaube nicht, dass du dir nochuvo Es bei dir hörenst. Ich glaube nicht, dass du nicht ganz ehrlich hast. Ich glaube nicht, dass du dir noch vertragen darf. Ich hoffe nicht, dass du es in der hole baik. Ich hoffe nicht, dass du mirob lectern. Ich hoffe nicht!